Hallo und Willkommen zurück zu Mass Effect 2, ähm, ja, dies ist eine besondere Folge, mehr oder weniger, ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge, äh, released ist, habt ihr ja das Update vom 26.01. schon gesehen, wahrscheinlich, und zwar ist dies eine Folge, ähm, die ich aus Verdenken gelöscht hatte und mal aufnehmen musste, und zwar ist es der Anfang von der Rekrutierung des Groganers, und, ja, da werden wir uns dann mal jetzt um den Anfang kümmern, zack, also es kann sein, dass dann da, vielleicht die Überschneidung geben wird, wenn das dann fertig editiert ist. So, seltene Trupps der Blue Suns bestehen meist aus Menschen, Battarianen und Turianen, sie verfügen über eine Vielzahl an schweren Waffen, Mächse und Panzern, joh. Da tun sie wohl, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, was für ein Team ich dafür ausgewählt hatte, ist schon lange her, aber ich denke mal, das war Kazukazu und Legi. Ähm, so, bub, 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 das gelung ist ja eigentlich total wurscht, weil ich, nachdem ich das hier aufgenommen habe, eh wieder mit meinem richtigen Speicherstand weitermachen werde. Gut, ähm, na, passt. So. Keine Ahnung, ob Okir freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf einer abmessbar. Töten oder getötet werden. Ähm. Aufgenommene Nachrichten sind eine zweifelhafte Ausbildungsmethode. Konzentriert bleiben, wir suchen einen Kroganer-Warlord. Anlageinfiltrieren, na, das sollte ja das geringste Problem sein. Ich als Infiltrator? Ho, 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 ho. Oh, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn das für eine Munition? Schwere Waffe Munition. WTF? Oh, das ist wahrscheinlich einer der Testcharaktere, die ich gemacht habe. Ups. Äh. Beobachtungsposten voraus. Und Sie sind auf uns vorbereitet. Oh, shit. Ich kann Sie nicht sehen. Oh. Oh, oh. Ähm. Lasst mich noch mal fix was nachgucken. Äh. Oh, alles klar. Ähm. Shit. Ähm. Diese andere Sprecher-Strand darf ich mal mit Easy-Durchgang machen. Ich habe mich schon gewundert, warum der da mit einem Schuss weg ist. Wer hat das jetzt übernommen? Wahnsinn. Okay, gut. Ähm. So. Und weiter geht's. Oh, 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 oh. Moment. Feinrate war gerade... Hm. Irgendwie eingebrecht. So. Hopp. Holla. Scheiße, scheiße. Es hört nicht auf zu bluten. Ich werde... Ist geil. Ah. Seine Wunden sind nur oberflächlicher Natur. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner. Oder Allianz. Ich werde... Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medi-Gehe. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie. Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Es ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Äh, Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jill Thor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da. Sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Äh. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Ist Demoralisierung bei Verhören unabdingbar? Vielleicht auch nicht. Hat sich aber gut angefühlt. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jodors Labor. Oh, fuck. Quicksave. Das war ein Fehler. Hoffentlich habe ich jetzt nicht den anderen Sprecherstand den Quicksave überschrieben. Wenn Sie versagen, wird er aufgelöst, in jeglichen Hinsicht. In meinen Kontaktschaff übrigens. Snipe, 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 Snipe. Wasen Munition. Wasen Munition. Oh. Oh. Achtung. Ich brauche Deckung. Gut. Gut. Oh, amm ist es. Tuff, Tuff. Ah, geht wahrscheinlich Effektiver Schuss Yep Schön, dass du durch die Wand schießt Das wäre cool, wenn ihr mir Munition hier gelassen hättet Ähm Team 4, hören Sie mich Team 4, komm, sagen Sie hier doch, dass wir ein Problem haben Wir verlieren Patrouillen Entweder schlagen die Kroganer zurück Oder wir werden überfallen Dann würde ich sagen, machen wir mal an der Stelle einen Break und sehen uns in der nächsten Phase Booo Booo